Runolf Steiner 25 Zitate und 1 Gedicht Das schöne Bewundern, das wahre Behüten, das edle Verehren, das gute Beschließen, es führe den Menschen, im Leben zu Zielen, im Handeln zum Rechten, im Fühlen zum Frieden, im Denken zum Lichte, und lehrt ihn Vertrauen auf göttliches Weiten in allem, was ist, im Weltenall, im Seelengrund. Heisam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebe der Einzelseele Kraft. Den Sinn der Welt verwirklicht die von Weisheit erleuchtete und von Liebe erwärmte Tat des Menschen. Es strebe zu dir meiner Seele Liebe, es ströme zu dir meiner Liebesinn. Der kleinste Erdenmensch, ein Sohn der Ewigkeit, besiegt in immer neuen Leben den alten Tod. Drei Schritte tue nach innen, dann den nach außen. Das Leben ist eine Schule. Wohl dem, der die Prüfung besteht. Suchst du dich selbst, so suche draußen in der Welt. Suchst du die Welt, so suche in dir selbst. Die Kunst ist ewig, ihre Formen wandeln sich. Aus dem Geist ist alles sein entsprungen. In dem Geist wurzelt alles Leben. Nach dem Geiste zielen alle Wesen. Kann man etwas nicht verstehen, dann urteile man lieber gar nicht, als das man verurteile. Es gibt Tiere, die kein Fleisch fressen, zum Beispiel unsere Kühe. Wenn wir das Experiment machen könnten, eine Ochsenherde mit Fleisch zu füttern, so würden die Ochsen verrückt. Man wird immer finden, dass diejenigen, die wirklich wissen, die bescheidensten Menschen sind. Die höhere Entwicklung der Seele beginnt dann erst, wenn man sich über die kleinste Blume, über das kleinste Blumenblatt, über das unscheinbarste Käferchen oder Würmchen so wundern kann wie über die größten kosmischen Vorgänge. Selbsterkenntnis wurzelt in Welterkenntnis. Welterkenntnis sprießt aus Selbsterkenntnis. Es fehlt uns das Gefühl für die Schönheit des Sprechens und noch mehr für charakteristisches Sprechen. Jedes Wort, das wir nicht zuerst in Gedanken kleiden, wird zu einem Stein auf unserem Weg. Man wird nur dadurch dem Menschen gerecht, dass man in jedem Einzelnen einen neuen Menschen sieht. Schaffen sie sich eine neue, starkmütige Anschauung von Treue. Was die Menschen sonst Treue nennen, verweht so schnell. Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen. Aus reinem Vertrauen leben, ohne jede Dastenssicherung, aus dem Vertrauen in die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt. Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Versteht sich der Mensch in Deutschland zu durchgeistigen, dann ist er der Segen der Welt, Versteht er es nicht, dann ist er der Fluch der Welt. Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen, wie es als Erwachsener seine Lebensaufgabe ergreifen wird. Es muss nicht alles mit demselben, sondern Verschiedenes mit verschiedenen Massen gemessen werden. Geh der Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbsterziehenden Kindes. Mit dem Verständnis, das auch der Menschen Verirrungen zu begreifen sucht, möchte man auf die Flammen des Hasses blicken, die sich entzünden. Zu stark ist eben für manchen der Eindruck, den er empfängt, wenn er das gegenwärtig Erlebte vergleicht mit dem, was ihm durch die Entwicklung der Menschheit für die Gegenwart bereits errungen schien.